Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, es ist Freitag, auch wenn es dir letzte zwei Wochen ausgefallen ist, sorry dafür, aber es ist Freitag und Freitag ist wie immer XRP-Chartanalyse-Tag und natürlich auch ein bisschen News-Tag. Wir schauen uns an, was hat sich getan bei XRP, vielleicht auch ein bisschen neue News gegenüber der SEC, aber ich kann schon mal so viel spoilern, das Gerichtsverfahren läuft immer noch und wir sagen alle, nein, das ist scheiße. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall auch XRP ein bisschen in der Konsolidierungsphase, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, Freunde, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinkommen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News auch zu XRP, kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, XRP momentan bei 0,46 US-Dollar-Cent. Wir haben im letzten Update darüber gesprochen, okay, wir haben hier ein Symmetrical Triangle, was eher Wahrscheinlichkeit ist, auch wenn wir aus dem Uptrend kommen, dass es nach unten hin ausbricht, hat einfach damit zu tun, Volumen ist aus dem Markt gegangen, der ganze Markt ist ein bisschen am strugglen wegen den ganzen News, die eben da draußen ein bisschen rumfliegen. Man muss aber dazu sagen, XRP hat das Preisziel noch nicht erreicht und das ist so ein bisschen, klar ist jetzt ein bisschen bearischer Start hier in das Video, aber das Preisziel, wie gesagt, wurde noch nicht erreicht, dafür müssten wir runter Richtung 0,42 US-Dollar-Cent kommen. Und ihr seht schon, auf was ich hinaus will, für mich ist auch weiterhin so die Struktur eher ein bisschen bearish, man hat gesehen, okay, Bitcoin pumpt Richtung 29.000, 30.000 US-Dollar, XRP relativ unbeeindruckt die letzte Zeit, aber generell so ein bisschen die Altcoins, also es liegt nicht nur an XRP, es liegt generell an den Altcoins, das sich hier momentan sehr, sehr wenig tut. Gut, um aber mal ein genaues Bild zu kriegen, was sich hier getan hat, schauen wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Also, wir sind ja hier oben rejected worden an unserem Widerstand bei 0,53, 0,52 US-Dollar-Cent, Höheres hoch, wurde nicht erreicht, wir haben weiterhin so ein bisschen diese übergeordnete riesige Seitschaftsphase, die kleine haben wir hinter uns gelassen und dann eben in diesem Symmetrical Triangle, wo wir jetzt eben nach unten hin durchgebrochen sind. Preisziel, wie gesagt, die 0,42 und es wäre technisch gesehen für mich auch persönlich so ein bisschen das übergeordnete Preisziel als Retest, weil wir eben hier seit Mai letzten Jahres eben diese riesige Konsolidierungsphase hatten, diese riesige, nervige, langweilige Konsolidierungsphase und das dann hier unten als Retest zu sehen, wäre wirklich Bombe, aber dann auch ein impulsiver Move nach oben. Das heißt, kurzfristig bin ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf der bearischen Seite, was XRP anbelangt. Natürlich, wir haben hier auch einen größeren Schatten bei ungefähr 0,43 US-Dollar-Cent, der auch meines Erachtens nach Volumen unterstützt ist, das heißt, in den kleineren Time-Frames, wir blicken auf den 4-Stunden-Time-Frame, ist hier auch ein Schatten mit ein bisschen mehr Volumen als sonst überwiegend ist, das heißt, hier runterliegende Menge Stop-Losses. Das spricht für mich ganz ehrlich einfach dafür, wir gehen hier nochmal runter, holen uns die Liquidität und testen diesen Bereich 0,41, 0,42 und sollten wir den dann mit Daily, vielleicht zwei, drei Daily-Closes darüber wirklich unterstützen können, beziehungsweise halten können, dann sehe ich die ganze Sache hier deutlich, deutlich bullischer und dann können wir auch einen neuen Anlauf hier hoch Richtung 0,53 oder sogar 0,60 US-Dollar-Cent starten. Ist kurzfristig jetzt kein wirklich bullisches Update, was ich hier geben kann, aber gut, wir müssen den Markt neutral beachten, wir müssen das, ich will jetzt keine Moon-Videos oder sowas machen, dass wir nächste Woche auf 5 Dollar gehen oder sowas, das ist utopisch, da müsste wirklich mal, nicht mal dann, auch wenn das Gerichtsurteil fertig ist oder sowas, wird das erste Mal nicht passieren, so viel Wind kann ich rausnehmen, aber zumindest mal diese 0,53, das ist halt einfach so diese wichtige Marke auf den kleineren, auf den größeren Time-Frames, die wir nachhaltig durchbrechen müssen. Schaffen wir das, da haben wir das gröbste meines Erachtens nach geschafft und dann können wir auch weiterhin pumpen, aber so wie es jetzt momentan aussieht, wäre einfach nochmal dieser Rücksetzer, dieses bearische Momentum, weil wir auch bei Bitcoin davon nochmal ausgehen müssen, dass wir die 25.000 US-Dollar nochmal sehen, wäre das hier wirklich best case, sag ich mal, dass wir hier wirklich zwischen 40 oder, sag ich mal, maximal 39 sollten wir, tiefer sollten wir nicht mehr, zwischen 42 und 39 US-Dollar-Cent hier einen Bounce drin sehen, schöner Close drüber, schönes Volumen, was hier reingeht, weil das Volumen eben auch gerade zuletzt wieder ein bisschen rausgeht und dann gleichzeitig noch eine Bullish Divergence auslöst und dann der Pump Richtung 60 US-Dollar sind, das erscheint mir momentan das sinnvollste Szenario, das technische Preis hier von der Symmetrical geht eben auch danach, beziehungsweise ein bisschen höher, aber ein bisschen tiefer, einfach weil wir hier auch so eine kleine Ineffizienz haben, wäre gut, charttechnisch, wenn wir diesen Bereich einfach nochmal nach unten hin knallen, supporten und dann nach oben hin ausbrechen. Dann gibt's ein bisschen News, ein bisschen zumindest gute Neuigkeiten, XRP-Community schöpft neuen Mut und zwar soll es möglicherweise einen Vergleich zwischen SEC und Ripple geben, dafür muss aber Ripple erst einmal zugunsten von Ripple entschieden werden, das ist ja alles immer so ein bisschen hin und her, außerdem gibt's ja so ein bisschen Gerüchte, Ripple trifft sich mit der SEC und so im Hintergrund. Ich glaub, jeder ist einfach froh, wenn dieses scheiß Gerichtsverfahren endlich mal rum ist, es zieht sich einfach unendlich lang und ich glaub, wir wissen ja alle, oder jeder hat dieses Interview, oder was heißt Interview, die Gerichtsverhandlungen mit Gary Gensler gesehen, wo er nie drauf geantwortet hat, ist Ethereum Wertpapier? Keine Ahnung, ist Ethereum Wertpapier? Keine Ahnung, ist Ethereum Wertpapier? Ich hab keine Ahnung, ne, so ist das abgelaufen. Ja, jeder weiß einfach, wie lächerlich das ist und die SEC ist natürlich auf beiden Seiten und versucht hier auch natürlich ordentlich, ordentlich Feuer zu machen, um Krypto ein bisschen niederzumachen und Ripple trifft sich halt extrem, aber schauen wir mal, was da noch ein bisschen so passiert, wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant werden. Ja, damit würde ich sagen, war's das fürs heutige Video zu XRP, nächsten Freitag dann auf jeden Fall wieder und ja, ansonsten, wer noch nicht das Bitcoin Update Video gesehen hat, schaut da gerne rein, ist heute früh hochgeladen worden. Würde ich sagen, war's das von mir, Like da lassen, Abo da lassen und gerne mal eure Meinung zu dem ganzen XRP Shit da unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Wünsche euch einen schönen Freitag, schönen Start ins Wochenende und dann war's das von mir. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.